In meinem heutigen Video soll es um die Oasen bzw. die Oasentypen gehen. Was ist eine Oase? Der Duden beschreibt die Oase als eine Stelle mit einer Quelle mit Wasser und üppiger Vegetation inmitten einer Wüste. Also die Oase ist ein fruchtbares Gebiet in der Wüste, das für Menschen genutzt wird. Das vorhandene Grund- oder Flusswasser ermöglicht zum Beispiel den Ackerbau. Die wichtigste Pflanze ist die Dattelpalme. Dattelpalmen werden über 100 Jahre alt. Sie dienen als Schattenspender. In ihren Schatten können Zitronen-, Pfirsich- und Orangenbäume wachsen. Darunter werden andere Obst- und Gemüsepflanzen angebaut, wie zum Beispiel Melon oder Gurken. Durch diesen Stockwerkanbau verdunstet weniger Wasser und der Boden trocknet nicht so schnell aus. Wie man an diesem Bild erkennen kann, wird die ganze Pflanze genutzt. Wie zum Beispiel die alten Blätter als Mattenkörbe oder Brennmaterial oder natürlich auch die Früchte. Aus dem Stamm kann man Bauholz gewinnen und aus dem Saft des Stammes zum Beispiel Dattelwein. Zum Schutz der Oasen stehen die Häuser meist am Rand der Oase. Sie sind sehr eng aneinander gebaut und besitzen nur sehr wenige Fenster. Durch diese Bauweise schützt man die Felder vor den kräftigen Sandstürmen und die Innenräume der Gebäude für zu hohen Temperaturen durch die intensive Sonneneinstrahlung. Woher kommt das Wasser in den Oasen? Ich möchte vor allem auf die Grundwasser, die Fluss- und die Arthesische Brunnenoase eingehen. Die Grundwasseroase Das Wasser wird durch Brunnenanlagen und Pumpen aus der nächsten wasserführenden Schicht an die Oberfläche transportiert. Das Grundwasser entsteht zu einem Großteil aus den Niederschlägen aus dem Atlasgebirge. Die Niederschläge versickern im Boden, treffen dort auf eine wasserdurchlässige Schicht und fließen unterirdisch bis weit in die Sahara hinein. Der nächste Oasentyp ist die Fluss-Oase. Die größte und bekannteste Fluss-Oase befindet sich entlang des Nils in Ägypten. Der Nil ist ein Fremdlingsfluss. Er entspringt in einem regenreichen Gebiet und durchfließt auf den Weg nach Norden zum Meer ein großes trockenes Wüstengebiet. Den östlichen Rand der Sahara. Die Menschen nutzen das Wasser zur Bewässerung der am Ufer gelegenen Felder. Die Arthesische Brunnenoase Voraussetzung für diese sind eine Tallage und eine wasserführende Schicht zwischen zwei Wasser- und durchlässigen Schichten. Das Grundwasser kommt hier durch Überdruck von allein an die Erdoberfläche. So, das war es auch schon wieder. Hier sind meine Quellen. Ich hoffe, ihr konntet alles verstehen und mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal.